Die am 22. Juli 2015 geborenen Zwillinge Pia und Paula haben jetzt mit gerade einmal fünf Monaten ein prominentes Familienmitglied dazubekommen. Bundespräsident Joachim Gauck übernahm die Ehrenpatenschaft für die beiden neuen Erdenbürger aus dem Hause Fricke. Jörg Schnurre, persönlicher Referent des Oberbürgermeisters, übergab der Familie die Patenschaftsurkunde und ein kleines Geschenk des Bundespräsidenten. Thomas und Jenny Fricke, die Eltern der mittlerweile sieben Kinder, waren sichtlich erfreut über die Aufmerksamkeit.